Hallo ihr alle zusammen, wir sind da bei der KZ-Platz. Einen schönen guten Morgen, ja heute Viviane Fotografie macht viele Fotos heute in der U12-Match und gleichzeitig mit der Kamera zu filmen. Ja, wenn ihr deutsch schlägt ist oder gibt es viele Fehler, bitte in den Kommentaren korrigieren, helfen, mithelfen. Ja, ich liebe euch allen, ich weiß, dass ihr mich auch so liebt und ihr seid so nett, nicht immer im Hintergrund schauen, aber bitte abonnieren, Hallo, Christian ist da, leiten und er wird uns ein bisschen erzählen über das Match, kommentieren und die Glocke aktivieren und ja. Dankeschön, wiedersehen. Hallo, guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Ja, heute Viviane Fotografie macht viele Fotos heute bei der U12-Match und gleichzeitig mit der Kamera zu filmen. Ja, wenn ihr deutsch schlägt ist oder gibt es viele Fehler, bitte in den Kommentaren korrigieren, helfen, mithelfen. Ja.